Hier haben wir den Mantra von Vökel. Der Mantra ist ein echter Klassiker beim Vökel. Ein Power-Tool für alle Freerider, der auch stark All-Mountain geprägt ist. Er geht klasse auf der Piste, hat einen bombensicheren Kantengriff und macht natürlich riesig Spaß in jedem unverspurten Gelände, genauso wie im zerfahrenen Gelände. Also ein Power-Tool für alle guten Skifahrer, für jeden Schnee, für jeden Tag, ein Bombenski.